Vor kurzem kam es zu einigen Schwierigkeiten, weil ich in einem Testmoson ohne sinnvollen Text das Wort Aprea verwendet haben soll. Das ist eigentlich absoluter Quatsch, denn tatsächlich sagte ich Aprea. Aber mal angenommen, ich hätte dieses schmutzige, unerhörte, verbotene, rechtswidrige, verabscheuungswürdige Wort Aprea tatsächlich verwendet. Für was soll diese Abkürzung überhaupt stehen? Ich machte mir Spaß, zahlte einmal einige Gedanken und führe nun einige Möglichkeiten an. Erstens, als Polizist reicht einfach alles. Zweitens, Äpfel pressen reicht einfach auch. Drittens, am Krannert ist sie ablachen. Viertens, an Pistazien frischen ist einfach albern. Fünftens, alle Pizzaboten rasen eifrisch. Aha! Sechstens, alle Prinzessinnen raschen einsam ab. Siebentens, als Pöbel reicht echt Alpha. Achtens, am Pinzelsüchen zeigt Eiskültigen im Topf. Neuntens, alle Puppen rutschen erst ab. Zehntens, alle Picken reiche Edelnäne am Abend. Sollte sich noch immer jemand wegen dem Gott Aprea geschützt fühlen, biete ich gerne an, eine Sondersättung zu einem eigenen Stempelhauch für gute Zwecke und mit dem Motto, ein Herz für Aprea zu befolgen. Immer wieder sieht man, ein Stempelhauch mag die Medien, ein anderes eher nicht. Für gute Zwecke sollte man aber bereit sein, vieles zu tun. Da gab mir auch schon USA for Africa mit We Are The World fest. Ein Herz für Aprea. Ein Herz für Aprea. Vielen Dank.